Ah! Sabrina ist weg! Oh Mann! Entführt! Sabrina ist entführt worden! Ihr seht die Stute erst wieder, wenn Bibi Blocksberg Regenhext. Oh, sowas! Dem werd ich's zeigen! Ene mene Mief, wer schrieb diesen Brief? Ene mene Gruft, her mit diesem Schuft! Hex, hex! Mach kein Theater, hier hört dich sowieso niemand. Und unter Efeu bist du sicher. Der Hexspruch funktioniert nicht. Aber warum bloß nicht? Arme Sorgine, dann müssen wir sie eben suchen. Ja, wir finden sie bestimmt. Los, kommt! Und ich hab noch ihr Bieren gehört. Wär ich bloß hingegangen. Hey! Spuren! Weit können die noch nicht sein. So, nun hast du Licht. Sei ruhig, hier passiert dir ja nichts. Es liegt an deiner Bibi, wie lange du da drin bleiben musst. Also, bis dann. Alles klar, hier wurde sie in ein Fahrzeug verladen. Meine arme Sabrina! Ein Hufnagel. Sicher von Sabrina. Damit kann ich sie herhexen. Hoffentlich. Ich brauche nur den richtigen Spruch. Du hast deinen Hufnagel verlor. Deswegen humpelst du. Armes Mädchen. Ja, aber das kann man leicht in Ordnung bringen. Bis nach Hause schaffen wir es noch. Da kann Knecht Harry dich dann neu beschlagen. Ene mene Pferdehuf. Fehlt dir dies, dann hör den Ruf. Ene mene Blei. Komme schnell herbei. Hex, hex! Na nun, aber... Ja, was in aller Welt ist das... Auweia. Das ist aber nicht Sabrina. Bibi Blocksberg. Entschuldigung, Herr Graf. Aber ich wollte eigentlich Sabrina... Das ist nicht zu entschuldigen. Ich werde umgehend deine Eltern informieren. Und auch Tinas Mutter. Vater, bitte. Hex ihn zurück. Also gut. Wage ja nicht noch so eine Hexerei. Ene mene Hühnerleiter. Schnell zurück das Ross mit Reiter. Bibi Blocksberg. Hex, hex! Unverschämt, Kai. Das hat ein Nachspiel.